Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Wildvogelfütter Test an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, zieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Fünfte Produkt auf der Liste ist der Dena Natura Wildvogelfütter. Dena Natura Wildvogelfütter ist eine klassische Saatenmischung. Das Futter wurde so ausgewählt, dass die Vögel zu jeder Jahreszeit die richtige Nahrung finden. Es enthält Sonnenblumenkerne, Erdnüsse und Hanfsamen sowie Haferflocken und ist ideal für die Fütterung von Wildvöbeln in den Wintermonaten, wenn die natürlichen Nahrungsquellen knapp sind. Das Öl in den Erdniskernen liefert zudem wichtige Energie für ihre gefiederten Freunde, die ihnen über magere Zeiten hinweghilft. Die weichen Bestandteile des Dena Natura Wildvogelfütters eignen sich besonders für Jungvögel oder Frischflöbel gewordene Vögel. Es fällt ihnen leichter, kleine Stücke oder Pellets aus weicherem Futter zu fressen. Die grobe Variante ist ideal für ältere Vögel und für die Fütterung im Sommer, wenn sie mehr Energie benötigen. Dena Natura Wildvogelfütter enthält außerdem reichlich Omega, 3, Fettsäuren, Vitamine und Proteine, die die Gesundheit ihrer gefiederten Freunde fördern. Es kann einfach auf ein offenes Wasserbad geschüttet oder in natürliche Stoffe wie Katzenstreu, Heu oder Sägemehl gemischt werden. Der zweite auf dem vierten Platz ist der Dena Natura Wildvogelfütter. Dena Natura Wildvogelfütter ist eine klassische Mischung ausgewählter Saaten, die das ganze Jahr über die richtige Nahrung bietet. Die fettreichen Erdnisskerne und das Pflanzenöl sind eine wichtige Energiequelle für Vögel. Das reichhaltige Saatgutsortiment enthält außerdem Sonnenblumen, Hanf- und Haferflocken. Dena Natura Wildvogelfütter fördert die Gesundheit von Wildvögeln. Die Saatenmischung ist dank ihrer weichen Bestandteile ideal für Jungtiere und kann als Alleinfüttermittel oder als Teil einer Mischkäst mit anderen Nahrungsmitteln wie Insekten verwendet werden, Beeren und Früchte. Dieses Wildvogelfütter ist eine klassische Mischung ausgewählter Samen, die Vöbeln das ganze Jahr über die richtige Ernährung bietet. Die fettreichen Erdnisskerne und das Pflanzenöl sind eine wichtige Energiequelle für Vögel. Außerdem enthalten sie Sonnenblumen, Hanf- und Haferflocken, die der Mischung zusätzliche Energie verleihen. Dena Natura Wildvogelfütter fördert die Gesundheit der Vögel durch die Versorgung mit allen lebenswichtigen Nährstoffen wie Aminosäuren, ungesättigten Fettsäuren, Antioxidantien und Mineralien, die in frischem Obst und Gemüse enthalten sind. Dritte Produkt auf unserer Liste ist der Pauls Mühle Wildvogelfütter. Pauls Mühle Deluxe Vogelfütter ist ein leckerer und gesunder Leckerbissen für alle ihre gefiederten Gäste. Das Wildvogelfütter ist sowohl auf Körner als auch auf Weichfresser abgestimmt und wird fast allen Hausfügel munten. Als Inhaber geführtes Familienunternehmen stehen wir von Pauls Mühle seit 1839 für gesunde Mühlenprodukte. Das Produkt enthält beste Zutaten, Sonnenblumenkerne, Hanf, Erdnüsse, fetter Hafer, Rosinen, getrocknete Mehlwürmer, Hafersamen, Maiskflanzen. Das schmackhafte Futter eignet sich sowohl für Futterhäuschen als auch für Rauslegen auf dem Boden. Der Fettgehalt des Futters liegt bei über 50%, was das Produkt für viele Vögel besonders schmackhaft macht. Besonders beliebt ist es bei Ringeltauben, Amseln und Drosseln. Pauls Mühle Deluxe Vogelfütter wird schnell zum Liebling all ihrer gefiederten Freunde. Das Futter enthält keine zugesetzten Farb oder Konservierung. Stoffe, sondern ist vollkommen natürlich. Zweite Produkt auf unserer List ist der Dena Natura Wildvogelfütter. Sie suchen nach einer nachhaltigen, nachfüllbaren Alternative für ihr Lieblingswildvogelfutter. Das Dena Natura Wildvogelfütter Fettgehalt im Eimer ist perfekt. Hergestellt aus Pappe, Klebeband und Innenfolie, die alle resützellbar sind, ist dieses Futter ideal für Futterhäuschen oder einfach zum Auslegen auf dem Boden. Ohne lästiges Netz ist es leicht nachzufüllen und versorgt ihre gefiederten Freunde das ganze Jahr über mit wertvoller Energie. Natura besteht aus sehr stabiler Pappe mit einem Recycling-Symbol. Das Design des Futterhäuschens ist großartig, weil es den Abfall minimiert. Die reseißelten Wildvogelsamen-Fettkubeln werden in großen Mengen abgefüllt und in einem leicht zu verschließenden Eimer verpackt, sodass keine lästigen Netze oder Kabelbinder erforderlich sind. Die Abflusslöcher an der Oberseite jedes Futterhäuschens werden mit einem kombinierten Bohrer und einer Säge hergestellt, damit sie bei winterlichen Wetterbedingungen nicht mit Schnee verstopfen. Die Nummer 1 unserer Liste ist schließlich der Erdmanns-Fettfötter. Erdmanns-Energy-Mix für Föbel ist ein energieriches Futter für Föbel, die zusätzliche Energie benötigen, um die kalten Wintermonate zu überstehen. Die Mischung enthält Weizen und Haferflocken, die reich an Kohlenhydraten sind, sowie Erdnüsse und Sonnenblumenkerne. Diese Kombination von Zutaten liefert Energie, die von Ihrem Vogel auf zwei Arten genutzt werden kann, sie kann entweder als Fett gespeichert oder sofort verbrannt werden. Ihr Vogel wird diese Energie dann nutzen, wenn die Temperatur unter 15 Grad Celsius fällt. Die Mischung enthält alle notwendigen Spurenelemente, Vitamine und Mineralien und ist auch für Vögel mit Diabetes geeignet. Sie können diese Energiemischung in den Wintermonaten als Alleinfütter verwenden. Und natürlich kann es das ganze Jahr über als Topping auf die normale Futtermischung verwendet werden. Füttern, schütteln Sie einige Stücke in die Schale Ihres Vogels oder streuen Sie sie auf eine offene Schale oder legen Sie sie einfach auf den Lieblingsplatz Ihres Vogels. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal.